Fall mit einem guten Start, der schon Richtung Reis aufläuft, aber William Reis hat seine Stärke auf der zweiten Streckenhälfte. Es ist Burnett, der führt. Fall gegen Reis und Burnett. Es ist Fall, der führt. Und ein totes Rennen. 20-08. Also persönliche Bestleistung. Nein, 2,1 Meter Rückenwind. Leider wieder zu viel Rückenwind bei diesem 200 Meter Lauf. Schade. Natürlich werden diese Leistungen aufgenommen in die Weltbestenliste. Sie werden dann windbezüglich associate an die Weltbestenliste. Die Themen A anchorten können die WeltbestenstechnobenturVIN